Musik Dieses eine Mal noch in der Finden Sie Geige. Ich brauche eine Agentin, die sich bei ihm einschleust. Ja, aber ich bin jetzt Hausfrau und keine Agentin mehr. Ich muss auf die Kinder aufpassen. Und du bist also ihre Tante, ja? Ja, Jasmin und die beiden sind Weisen. Du meinst, ey! Sie wohnen seit fünf Jahren bei mir. Hut ab! Na jedenfalls ist einer der bösen Gangster ausgebrochen. Und jetzt weiß die Sheriff-Frau nicht mehr, ob sie wieder arbeiten soll als Sheriff und den Gangster jagt, oder ob sie lieber bei ihren Kindern bleiben soll und auf die aufpasst. Das verstehe ich nicht. Was? Na klar muss sie den Gangster jagen. Ist doch Logo, sie muss ihn jagen und fangen, denn sonst können doch auch nicht ihre Kinder in Ruhe leben. Du hast recht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der besten Agentin Deutschlands, Nina Wenzel. Willkommen zurück. Schießen heißt Ruhe und... Ich will da rein, ich will die Bombe rausholen und möglichst wenig Tote. Du willst dann ein Kriegsschiff einbrechen? Ja. Die Russen haben sowas mal gebaut. Sie haben das Silizium modifiziert, er ist nur 50 Atomschichten dick gemacht. Oberflächen dieser Art können sehr reaktiv sein, wenn man sie mit Laserlicht entzündet. Reaktiv? Boom! Nachts Essen ist so ungesund. Fallen lassen. Ah! Scheiße! Mein Ohr! Oh Gott, hab ich das vermisst. Renn nochmal weg. Bitte. Alpha Ziel. Sofort liquidieren. Alpha Ziel. Runter! Runter! Zum Teufel Wahres, wir hatten geschossen. Ich hab keine Ahnung, jetzt komm. Sie dürfen hier nicht raus. Hey, was hast denn du da? Eta padada kamande? Mann, du kannst ihn doch nicht einfach vermöbeln, nur weil sein Gemüse nicht okay ist. Nicht okay? Wir Verbraucher, Jasmin, werden nur verarscht, äh, verschaufelt. Merkt ihr das? Äh. Die Bombe ist aus Sand. Silizium. Sie kommt durch alle Checks am Flughafen. Die perfekte Terrorwaffe. So ist es. Sag dir tanto schön tschüss, Kinder. Nein! Nina. Immer für eine Überraschung gut. Halt die Klappe und nimm die Hände hoch! Dassel. Böken. Das ist passiert. Seinelà. Der. Fynn. Die. Das war ja auch. Ruh. Geh dich niemals mit meiner Mutter an, mein Freund. Lucas! Geh dich! Geh dich! Cool, du kennst! Geh dich!